Ja, gehen die zu zweit auf mich. Den einen haben wir aber. Die sind nicht sonderlich gut. Nein. Alter. Wir haben auf jeden Fall das Team ausgeschaltet. Jo Leute und willkommen hier zu einer weiteren Folge Quick Survival Games. Ja, wir spielen auf der Map Operation Metro 2 und es geht gleich direkt los. Wir geben natürlich unser bestes Teams verboten. Wir spielen ja auch alleine heute und ja. Ansonsten, ne. Haben wir noch gar kein Schwert, außer den Bogen noch gar keine Waffe. Gut, und jetzt müssen wir erstmal wegrennen. Gut, da konnten wir. Ähm, unauffällig vorbei. Alles klar, hinter uns ist aber immer noch der eine Typ. Wir konnten essen, das ist sehr gut. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich zu Ende raggen. Und jetzt kämpfen die beiden noch gegeneinander. Alles klar. So, damit ist hier auch alles aufgegangen, wie ich es wollte. Mein Plan sozusagen. Dass ich jetzt einfach unbeschwert und ohne Einwirkung vom Gegner hier rumlaufen kann. Jetzt haben wir auch noch relativ gute Rüstung. Und ja, spielen wir mal weiter. Gucken, ob hier noch was ist. Hier können wir gar nicht durch. Ne. Da hinten ist noch eine Kiste. Wenn die da oben nicht gelootet wurde, wurde die hier wahrscheinlich auch nicht gelootet. Das stimmt. Ein Steinschritt wäre auf jeden Fall nicht schlecht, meine lieben Freunde. Aber, wir haben noch keins gefunden. Das heißt, eventuell müssten wir einen töten, der eins hat. Der läuft weg. Gut, den sollten wir haben. Alles klar. Alles klar, ja. Ich wollte alles klärchen sagen, Leute. Alter, der hat mega gute Ausrüstung. Oh mein Gott. Ja. Alter. Den haben wir sehr gut erwischt. Ich will jetzt nur seine DR-Chess noch haben. Oh mein Gott, wie wir den getötet haben. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Seine DR-Chess hat ihn so protected, das ist echt unnormal gewesen. Das war echt unnormal. So, auf dieser Scheiß-Map hier. Alter, ich glaube, hätte er mich nicht getroffen, wäre ich runtergeflogen. Der leckt. Gut, mehr Pfeile habe ich auch nicht. Oh. Nein. Schade, da hat er uns noch getötet. Aber es war ein spannender Kampf. Und ja, ich würde einfach sagen, eine zweite Runde folgt noch, meine lieben Freunde. Bis gleich. Jo Leute, zweite Runde hier am Start. Auf Hijack, mal gucken. Am besten ist es, wenn wir die Kiste jetzt hier schnell looten können, weil der hinter uns war, aber keine Bedrohung für uns. So, wollte ich jetzt sagen. Gut, aber wir bräuchten jetzt ein paar Kisten mit Schwertern und generell Rüstung, vielleicht noch ein bisschen Waffen auf jeden. Oh, gut. Gut, gut, gut. Die Kiste war gut. Den haben wir. Ich will seine Hose haben. Die gefällt mir sehr. Alles klar. Alter, den haben wir. Der war low. Hat uns trotzdem angegriffen. So, die Sachen schnell hier. Alles klar. Gut, jetzt können wir erstmal ein bisschen chillen. Beziehungsweise wir müssen auch aufpassen. Dass wir nicht hier so sterben wie gegen so einen wie den hier. Okay. Gut, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich will gleich noch ein bisschen FIFA zocken, deswegen soll die Runde hier auch was werden. Gut. Alle sind unten irgendwie. Nur ich chill hier oben. Gut, den haben wir. Sauber. Das ist ein Team. Die gingen beide auf mich. Die kämpfen nicht gegen den da, oder? Ne. Team. Report. Gut. Also, die haben wir jetzt auf jeden Fall aufgenommen. Das heißt, die können wir bannen lassen. Ja, gehen die zu zweit auf mich. Den einen haben wir aber. Die sind nicht sonderlich gut. Nein. Alter. Wir haben auf jeden Fall das Team ausgeschaltet. Gut. Puh, ich bin gerade richtig in Schock. Aber wir haben das Team komplett ausgeschaltet, Leute. Komplett. Das war nice. Das, äh, da muss ich mich schon mal selber loben, weil ich das sonst sowas nie schaffe eigentlich. So, der leftet jetzt einfach mal radikal. Ist das der letzte? Ne, ich glaube, es liegt noch. Ne, da hinten ist noch einer. Gut, erstmal raggen hier und dann vielleicht die kämpfen lassen. So, wie es scheint, scheint er low zu sein. Ja, der war low. Gut. Fight. Gut, den sollten wir... Oh nein, der gibt uns die Combo. Ne, jetzt geben wir ihm die Combo. Und jetzt ist er down. Jay. Garsch, liebe Leute. Wir haben gewonnen. Und, ähm, ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich fand die beiden Runden eigentlich relativ cool. Wir haben ein Team zerstört in verbotenen Survival Games. Ja, deswegen. Ähm. Die waren natürlich, ähm, die werden natürlich gebannt. Und, ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefallen hat. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Tschüss. Natürlich fleißig Kommentare schreiben und Daumen nach oben. Wie gesagt, tschüss. Bis morgen.